Hey, willkommen zurück, meine lieben Siedlerfreunde, hier bei Siedler 1, Mission 28, neu angefangen haben wir sie, weil beim letzten Versuch sind wir leider etwas abgekackt und ja, wir werden es versuchen besser zu machen, ganz klar. Ich bemühe mich, ich bemühe mich, jetzt ist uns gerade nur ein bisschen das Material ausgegangen, wir müssen ein bisschen warten, bis wir heute bekommen und ja, solange können wir mal ein bisschen chillen hier, Baumstämme kommen ja schon, alles halb so wild. So, hier oben wird es jetzt ein bisschen gefährlich, weil der breitet sich ziemlich stark aus hier, der wird mich auch demnächst dann irgendwann mal angreifen, vermute ich. So, und die Soldaten gehen uns jetzt aus, deswegen bin ich jetzt gerade daran, wieder etwas Material zu suchen, obwohl wenn wir uns ausbreiten, dann gehen sie auch wieder zu etwas zurück. in die Lager. So. Weil ich ja hier, was hinten angeht, dann Unterbesetzung mache. Niedrigste Besetzung, brauchen wir ja dann nicht so viel. So, jetzt hier oben kriegt er auch noch Holz. Scheiße, die machen sich hier breit, ey, das ist nicht mehr normal. So. Okay, hier, kommen die hier entlang oder so? Nee, noch nicht. Okay, sobald ich wieder etwas mehr Holz hab, scheiße, weil uns fehlt jetzt auch ein Hammer. Wir haben keine Hammer mehr. Mist. Fuck. Alles scheiße. Aber wir können wieder Holz hacken. Wir können hier unten nämlich ein Holzfäller noch machen. Oder hier oben oder irgendwo, wo halt so viel Holz steht. Oder hier. Da. Ich glaub, die tun hier auch Holz anpflanzen, ne? Da könnten wir hier unten noch einen machen. Dass wir noch ein bisschen Hilfe haben mit Holz. Sonst geht grad alles aus hier. Was haben wir noch? Ne Angler haben wir noch. Können wir hier noch. Ne Angler machen. So. So, sie sägen wieder. Ja, endlich. Hier war nämlich grad ein Stau. Ja, bis jetzt nach und nach wird's besser. Kriegt der noch Stein hier? Irgendwann mal? Wie sieht's eigentlich aus? Material? Immer noch. Immer noch etwas mager. Zudem hab ich auch wieder etwas Holz gewährt. Und Eisen. Dass wir einen Hammer kriegen. Sonst geht da nix. Jetzt bleibt die Waffenschmiede kalt. Ist schon ein Schmelz unterwegs? Ne. Ist da schon einer drin? Ne. Schade. Schade. Kohle gefunden. Kohle gefunden. Das ist schon mal gut hier oben. Das gefällt Papa. Super. So, dem da oben fehlt noch ein Stein. Komm, bring den mal. Jawohl, er kommt. Ja, der weiß schon, um was es geht hier, ne? Das bedeutet, die sind auch schneller fertig als die. Ah, er kann produzieren. Wieso macht er nix? Ah, ihm fehlt noch das Holz. So, Eisen braucht er nicht mehr. Nehmen wir ihn wieder weg. Kohle. Gold. Gold. Land verloren? Wo? Jetzt wird's eng. Ich muss hier weitermachen. Ähm, wie sieht's aus mit Siedler, Stein und sonstiges? Elf. Sechs brauche ich dann für das Gebäude, glaube ich, ne? Äh, sechs, jawohl. Und sechs hier oben. Okay. Ähm, könntet ihr auch hier noch ein bisschen suchen? Die suchen irgendwie alle nur hier oben. Ja gut, ich breite mich ja hier aus, aber... Was ist los? Nochmal Land verloren. Das war knapp. Hahaha. Mal wieder. Okay, drauf geschissen. Wir machen hier alle auch ein großes Gebäude. Bevor die hier sich breit machen. Ich will nicht, dass die mir hier in die Quere kommen. Deswegen. Und hier machen wir auch ein großes. Ich krieg die besetzt. Früher oder später krieg ich sie besetzt. Hammer kommen nämlich. Da geht die Waffenproduktion los. Ich kann auch schwören, da ist schon einer auf dem Weg. Ja, ja klar. Warte, ist schon einer da drin? Nein. Sobald er hier Holz bekommt, ist es nämlich soweit. Jetzt geht erstmal der scheiß Fischerholz, oder? So, wo geht's hin? Da hoch. Ja, endlich, ja. Ah, der will nämlich hier hinbauen, der Sack. Könnt reichen. Ja, das könnte reichen. Auf jeden Fall. Ah, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Weg wegreißen. Gut, war, passt. Ist okay für den Anfang. Okay, wir haben unsere Waffen soweit gesichert, so wie es aussieht. Alles auch fertig. So. Na, passt das ja hier mal. Alles soweit. So, und da kommt auch schon... Ist das zufälligerweise... Äh... Moment. War das grad? Ist das einer? Ist das unser... Ne, das ist ein Bäcker. Das ist ein Bäcker. So, Material immer noch null. Vier Stein. Hast du noch eine Arbeit hier? Ja. Gut. Das hat er schon weg. Hier hat er noch ein bisschen. Da oben machen wir dann weiter. Wo bleiben meine Leute? Da. Der baut hier eine Goldschmelze in der Sack. Ach so, hat man schon angefangen mit Goldschmelzen. So sieht's aus. Aha. Also, Geologen. Raus aufs Land. Einer mal. Das reicht. Ist okay. Immer noch nicht besetzt. Klar, der hat auch noch kein Holz bekommen. Wir müssen kurz gucken, dass der Holz kriegt. So, Gebäude kriegen jetzt erstmal keins. Muss so sein. Sorry, aber. Geht hier anders. Und? Fickt sie ihn? Nein. Wir haben es nicht geschafft, ihn hier wegzudrücken. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich nicht. Scheiße. Das ist nicht nett. So, jetzt kriegt er erstmal hier für ein Hammerholz. Hoffentlich doch. Komm holst du dir. Gut, gut, gut. Wir brauchen einen. Einen einzigen. Wenn wir den haben, dann passiert uns nichts mehr. Dann ist alles gut. Und so. So. Warte. Ah, cool. Gut. Haha. Holz. Holz, Holz. Sag mal, wieso baut ihr eigentlich... Ah, okay. Sie tun es. So, er produziert jetzt unseren Hammer. Den einen zumindest mal. Und, äh, wir machen wieder alles auf normal. Dann soll er nochmal ein paar produzieren. Brauchen wir eh. Und dann soll er noch... Wenn wir schon dabei sind. Moment. Was will ich denn herstellen? Axt brauchen wir keine. Pickel vielleicht noch. Pickel vielleicht noch. Ja, erstmal so die Axt. Äh, den Hammer machen. Gold. Jawoll. Sehr schön. So. Hammer fertig. Ähm. Nein, keiner ist mehr ergeben. Zack. Nein. Was soll man doch für hier haben? Ist jetzt einer rausgekommen? Ein produzierender Waffenfreak. Haha. Ja, da kommt er. Endlich. Hä? Der schmilzt? Achso, der kriegt Kohle vom Lager. Stimmt. Den haben wir noch drin. 16. Gut. Ja, bringt es mal. Bis der hier nämlich fertig ist, hier. So. Also. Dann hat er jetzt wieder ein bisschen was zu arbeiten hier. Das da oben wird etwas leicht eng. Der buddelt schon, der Sack. Ähm. Ich habe einen Trick. Und zwar würde ich jetzt einmal hier schnapp die schnapp machen. So. Und einmal hier schnappe die schnapp. Weil, das müssen wir kurz abtrennen hier. Weil ich brauche natürlich erstmal hier das Baumaterial hier oben. Das Holz. Und, äh, so lange muss ich hier den Weg trennen. Kleiner Trick. Weil dann kann man auch ein bisschen die Prioritäten hochsetzen. Die Gebäude. Weil da oben fehlt es ja noch. Ja. Und ich möchte natürlich schneller fertig sein wie der. Ist ja verständlich. Haben wir überhaupt noch Leute zu besetzen? Jawohl, haben wir auch. Wie gesagt, Waffen kommen. Da mache ich mir jetzt nämlich keine Gedanken mehr hier. Die lagern es ein. Jawohl, das Eisen. Das kommt nachher eh wieder raus. Kohle. Ah, hier gibt es auch alles. So, der soll hier noch ruhig ein bisschen schauen. So, der kriegt dann auch noch Holz hier unten. Oh, Mann. Kommt schon, da kommt schon der Bauarbeiter. Du musst dich beeilen. Alter Schwede, alter Schwede. Guck, dass ihr das Holz da hochkriegt. Das ist nicht gut. Immer dieser Wettlauf gegen die Zeit. Angreifen kann ich nicht. Ich muss meine Soldaten sparen. So. Jetzt schauen wir auch ein bisschen auf die Statistik. Oh. Wir sind ziemlich... Okay, da ist es mir überlegen. Klar, er hat Gold. Das müssen wir so sehen. So. Okay. Was geht schick mit dem Holz jetzt hier? Ah, das geht da hoch wahrscheinlich. Vermutlich. Gut. Kriegt der Material? Scheiße, der kriegt Material. Fuck. Außer es geht da hin. Das kann natürlich auch sein. Kann auch sein, das geht jetzt zu Kohle-Mine alles hier. Haha. Das kann natürlich auch sein. Das wäre jetzt natürlich bitterböse. Und dann verliere ich das hier auf jeden Fall. Den Wettlauf hier. So. Ah, wenigstens wird Waffen produziert. Das finde ich gut. Die Kohle hier muss ich unbedingt schützen, ey. Da führt kein Weg dran vorbei. Komm, geh hier in die Baustelle. Bitte. Der macht sich schon. Oh, yeah. Ja. Gut. Sehr gut. So, wo bleibt der Rest? Keine Bretter mehr? Hallo? Könnte das schon reichen? Ich glaube, ich brauche doch nochmal, oder? Da müssen die nämlich erstmal noch nach oben latschen. Da haben wir noch keine Soldaten. Ach, dem fehlt Kohle. Die schmelzen vor unseren Augen Gold, ne? Hahaha. Alter. Das gibt es ja nicht, ey. Ah, es hat gereicht. Geil. Na also. Passt. Da können wir hier wieder verbinden. So. Gut. Das gefällt mir natürlich. Der hier hat ein bisschen Gold gefunden hier. Ne. Halt mal mal hier. Da ist gut. Hier wollen wir es haben. Brauchen wir natürlich auch gleich noch eine Schmelze. Knallen wir mal da oben hin. So. Sehr gut. Was mache ich denn? Weg mit dir. Ich wollte den Weg eigentlich hier rüber ziehen. Was das hier alles etwas vereinfacht wird. Weil hier möchte ich auch noch rüber. So. Hier ist es zumindest mal dicht. Ah. Da wären wir hier oben fertig. Sehr gut. Was baut ihr da hin? Hä? Also das ist definitiv keine. Keine Festung oder irgendwas. Keine Ahnung was das werden soll. Ein Feld oder was? Hm. Ich weiß nicht was bei dem Kopf so vorgeht. Aber. Ich denke mal meistens nichts Gutes. So. Pickel mal den Rest noch weg. Genau. Dann können wir hier oben weitermachen. So. Einmal hier verbinden noch. Einmal da. Und. Oh. Hier können wir dann Kohle abbauen. Auch nicht schlecht. Äh. Wie viele Geologen haben wir jetzt gerade im Lager? Drei. Nehmen wir die gerade. Drei Stück. Ah. Das steht auch bald. Kriegen wir von hinten das Holz. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Vorrat. Weil langsam geht es uns echt aus. Die ganze Scheiß. Gut. Gut. Auch fertig. Oh. Oh. Das ist natürlich richtig gut. Leutnant. Da haben wir natürlich gute Karten. Da oben. Steht ja auch schon einer bereit. Ne, noch nicht. Scheiße. Wieso nicht. Waffen lagert ihr ein, oder? Ah ja. Alles gut. Ah doch. Da ist einer. Von dort. Hehehe. Und. Bäm. Mixer. Kannst dich verpissen, Alter. So. Und deine Mini hier oben auch. Und deine letztes Tier auch. Deine gesamte Sippschaft hier. Was sich hier breit macht. So. Sie produzieren. Ähm. Haben wir noch irgendwo? Ja, hier würde ich nachher auch noch ein bisschen suchen gehen. Das ist angreifbar, hier gefällt mir überhaupt nicht. Moment, können wir das vielleicht ändern, indem wir hier Gebäude bauen? Zwei Stück. So, jetzt sind wir erstmal noch da drüben, ne? Jawohl! Meine Geologen kommen! So. Bis jetzt greifen sie noch nicht an. Haben sie noch Huffensausen, ne? Ah, da kommen sie. Drei haben wir hier noch übrig. Und hier kriegen wir auch langsam Soldaten. Jawohl! Sehr schön, sehr schön. Gefällt mir. Wie sieht es aus mit Stein? Was haben wir? Zwei. Ist ein bisschen wenig. Hier ist es jetzt bald fertig. Mit holen. Deswegen würde ich dann hier oben weitermachen. Oh, lass die erstmal hier besetzen. Und sehen, wie sie sich ausbreiten. So. Ja, sag mal. Wollt ihr überhaupt noch? Ich glaube, ich werde hier auf jeden Fall gleich mal noch Stein mitzbauen. Ja. Ja. So. Ja. Den machen wir arbeitslos. Der schafft ja eh nichts mehr. Ah doch, jetzt. Den holt er sich noch. Komm, besetzt es mal hier. Sag mal, geht's noch? Wir wissen, wie es sich ausbreitet. So, der ist auch bald voll. Passt. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, ne? Weil wir sind diesmal, sind wir etwas besser als letztes Mal. Jawohl. Das werden wir auf jeden Fall schaffen. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Bis morgen. Ciao. 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 Vielen Dank.